Ich möchte noch eine Sache auch, die häufig ein bisschen missverstanden wird von Endo, Bedenken zu bedenken geben. Endo sagt zum Beispiel, wenn du einmal gebetet hast für eine Sache, brauchst du nicht mehr beten, dann dankst du nur noch. Wenn du dann noch weiter betest, ist es Unglauben. Ich habe mit Endo schon vor zwei Jahren darüber ein intensives Gespräch gehabt. Weil ich glaube, dass es nicht so ist. Ich glaube auch, dass er etwas anderes meint. Wir haben uns super ausgetauscht darüber. Und ich stimme dahin überein, wenn ich zum Beispiel bete, sagen wir mal, ich brauche ein neues Auto. Und ich bete dauernd zu Gott. Aber mein Gefühl, mein Herzensinnerstes zu beten, ist folgendes. Ich denke, Gott ist schwerhörig. Ich denke, Gott ist hartherzig. Ich denke, Gott will von mir, dass ich mindestens 40 Mal bete, bis er mich erhört. Dann ist das eine falsche Form zu beten. Da stimme ich voll überein. Das ist, wenn du so aus diesen Motiven betest, dann stimmt was nicht. Aber es gibt eine andere Form zu beten, mehrfach zu beten. Und das hat zum einen damit zu tun, und ich will auch gar nicht zu tief reingehen, das ist, wir leben in einer unsichtbaren Welt, in der es den Widersacher Gottes gibt und Gott gibt. Ich möchte euch ermutigen, hört euch mal die Serie an, die verborgene Dimension des Gebetes von mir. Da gehe ich sehr intensiv darauf ein. Die kannst du auch im Internet gratis runterladen oder im Shop kaufen. Aber nur ganz kurz, Daniel hat zum Beispiel 21 Tage gefastet und gebetet, um eine Offenbarung von Gott zu verstehen. Der Engel kommt nach 21 Tagen und sagt ihm was Interessantes. Er sagt, am ersten Tag, als du anfingst zu fasten, hat Gott dein Gebet erhört. So wäre ich jetzt Daniel, würde ich sagen, hey, hey, cool, cool, warum bist du da nicht gleich gekommen und lässt mich 21 Tage fasten? Und der Engel gibt ihm eine Antwort, er sagt, aber der Fürst über das Königreich Persien, der Engelsfürst, der schwarze Engelsfürst, widerstand mir 21 Tage. Sondern in einer ganz kleinen Sequenz gibt uns Daniel hier einen Einblick, das Buch Daniel in die himmlische Welt, in den Krieg, der dort tobt. Das heißt, Gott kann nicht einfach, er könnte es sehr wohl, aber er macht es nicht. Er dringt nicht einfach durch, wenn wir beten, sondern Gott respektiert die Herrschaft des Widersachers, die wir ihm ja durch unseren Sündenfall gegeben haben, wir Menschen. Und Gott penetriert diesen Schirm der Dunkelheit nicht einfach so. Er könnte das tun, das wäre kein Problem für ihn. Aber Gott ist ein Gott der Ordnungen. Er respektiert Ordnung. Und wisst ihr, worauf Gott wartet? Das ist jetzt das Krasse. Gott wartet darauf, dass wir von unten her in diesem Schirm aktiv werden. Und der Teufel hat ein legitimes Recht zu sagen, wenn ich Glauben sehe bei jemandem, dann habe ich zu weichen. Und Glaube hat Werke. Und jetzt kommt unser Gebet rein. Wenn mein Gebet mehrfach aus einer anderen Motivation kommt, das heißt, ich bete, weil ich dem Widersacher zeigen möchte, ich meine es ernst. Ich stehe zu meiner Forderung. Ich stehe zu meiner Forderung. Ich stehe zu meiner Forderung. Irgendwann kann er nicht mehr standhalten. Wisst ihr, wenn wir mehrfach beten, wir beten nicht gegen Gott. Das ist das Wichtige. Wir beten nicht, um das Herz Gottes weich zu machen. Das Herz Gottes ist uns schon vollkommen zugewandt. Deswegen ist es so wichtig, das Vaterherz zu verstehen. Aber wir beten mit Gott eigentlich gegen den Widersacher und sagen so, und ich baue dieses Maß an Glauben auf, das schließlich den Durchbruch bringt. Und dafür gibt es ganz viele biblische Beispiele. Ich kann sie heute Morgen von der Zeit her nicht aufhören, aber hört ihr nochmal diese Message an, die verborgene Dimension des Gebetes und auch vielleicht die CD-Reihe Gott der Ordnungen. Schauen wir mal zwei Verse an, 1. Thessalonicher 1, 2. Was sagt Paulus dort? Wir danken Gott alle Zeit für euch, alle, und gedenken euer im Gebet ohne Unterlass. Also Paulus hat auch für Design ohne Unterlass gebetet. Man könnte auch sagen, hey Paulus, es reicht, wenn du einmal betest. Er hat ohne Unterlass für die Christen gebetet, die ihm anvertraut waren. 2. Timotheus 1, 3. Ich danke Gott, welchem ich von Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie ich unablässig deiner, Timotheus, gedenke in meinen Gebeten Tag und Nacht. Er trägt seinen Zieson, Timotheus, Tag und Nacht im Gebet vor Gott hin. Man könnte sagen, hey Paulus, es reicht einmal zu beten und dann ist gut. So, die Frage ist, in welchem Geist beten wir? Ist es der Geist der Liebe? Ist es das Verstehen, der Vater hat uns lieb? Ich muss den Vater mit meinen Gebeten nicht weich kochen. Wenn das so ist, dann bete ich falsch und dann stimme ich mit Endruf voll überein. Und das andere, eine andere Dimension ist auch noch die, manchmal erlaubt Gott auch, dass wir mehrfach beten, weil wir selber Glauben manifestieren müssen. Ich habe es oft erlebt, ich kriege eine Sache in meinem Herz, für die ich beten soll. Ich bin mir unsicher, aber ich fange an zu beten. Und was ich da manchmal beobachte, ist, dass mit jedem Gebet wird mein Glaube stärker, meine Zuversicht stärker. Und ich habe auch schon erlebt, dass ich manchmal an einen Punkt komme, wo ich spüre, jetzt bin ich durch. Es ist passiert. Und dann kann ich danken. Aber das ist auch manchmal, bei einem geht es vielleicht beim ersten Mal, aber der andere braucht eine gewisse Zeit. Keiner von uns gleicht dem anderen. Und das ist mir so wichtig, dass wir auch das berücksichtigen berücksichtigen und so in der Fürbitte miteinander unterwegs sind. Nochmals, es geht nicht darum, Werke, die Glaubenzeichen in Frage zu stellen. Es geht nicht darum, Endos Lehre in Frage zu stellen. Es geht darum, nachdem der Pflug die Scholle aufgerissen hat, nun mit der Ecke drüber zu gehen, an das Ganze weich zu machen. Jesus sagt, wenn euer Glaube nur groß ist wie ein Senfkorn, wird er große Werke tun. Lass mich euch ein Beispiel zeigen von Senfkorn-Glauben im Einsatz. Das ist dieser Mann. Er kommt zu Jesus und er schreit und weint und er sagt, mein Sohn ist besetzt von einem Dämon. Ich habe schon deinen Jünger gebeten, ihn auszutreiben, aber sie konnten nichts tun. Wenn du etwas tun kannst, dann bitte hilf. Und jetzt sagt Jesus zu ihm, wenn du könntest glauben, wenn du vertrauen könntest. Alle Dinge sind möglich dem, der vertrauen kann. Das ist jetzt auch nicht so ein bösartiger Vorwurf, sondern Jesus malt hier wieder mal das große Ziel vor Augen. Er sagt, das Ziel ist, wenn du vertrauen kannst. Aber vertrauen kannst du nur, wenn du Beziehung hast zu jemandem. Du kannst mir nur vertrauen, wenn du mit mir in eine Beziehung eintrittst, mich kennenlernst, dem Vater kannst du nur vertrauen, wenn du mit ihm in eine Beziehung eintrittst. Das war die Not der Menschen, ist die Not auch vieler Christen heute. Sie haben keine echte Beziehung zu Gott. Sie haben eher so eine Boss-Untergebener-Beziehung. Und das ist das nicht, was der Vater will. Der Vater will, dass wir eine Vater-Kind-Beziehung haben. Alsbald schrie des Kindesvater mit Tränen und sprach, ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben. Und was macht Jesus? Er heilt den Jungen. Und das ist Senfkorn-Glauben. Das ist eigentlich so vollkommen paradox. Jesus macht diesem Mann zunächst mal möglich, was er tun kann, wenn er vertrauen kann. Aber es ist eine liebevolle Unterweisung. Und wir sehen, dieser Mann hat jetzt keine Glaubenstechnik korrekt angewendet. Er schreit einfach aus der Not seines Herzens. Und er ist ehrlich. Und da kommen wir zu einem Punkt, der so wichtig ist. Sei bitte ehrlich vor Gott. Und das vermisse ich manchmal dann bei diesen Proklamations-Marathon-Weltmeistern. Ich glaube, ich glaube, ich glaube. Ich habe keinen Zweifel. Ich habe keinen Zweifel. In Jesu Namen habe ich keinen Zweifel. Und innen drin Rumors und Boards. Und wir glauben, dass Gott unserem Geschwafel mehr zuhört, als dem, was in unserem Herzen ist. Ich möchte einfach Mut machen, wenn du mit deinem Papa redest, sei ehrlich. Sag Papa, das brauche ich. Aber ich habe so viel Zweifel in mir. Ich habe dich in dem und dem Bereich noch nie erfahren. Ich bete momentan für eine relativ große Sache für mich persönlich. Und ich sage meinen Gebeten oft, Vater, ich möchte dir gern glauben. Ich bitte dich um ein Zeichen. Ich habe dich in diesem Bereich noch nie erlebt. Mir fehlen Referenzen. Also ich rede mit meinem Vater ganz offen darüber, über meine Gefühle, über meine Hoffnungen, aber auch über meine Zweifel. Ich bin ehrlich zu ihm. Und das ist das, was Gott sehen möchte. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Vater, ich möchte dir gerne vertrauen. Aber ich spüre, da ist noch Zweifel. Da ist noch Unglaube. Da fehlen mir Referenzen. Und dann sind wir in einer Beziehung mit dem Vater, wo der Vater zutiefst gerührt ist, weil er sagt, schau mal, das ist mein Kind. Er ist ehrlich zu mir. Er ist ehrlich. Glaubst du nicht, dass der Vater sich blöd vorkommt, wenn wir vor ihm stehen und blöken irgendetwas rum an ihn und proklamieren etwas? Unser Herz spricht eine ganz andere Sprache. Meinst du, dass wir einem Vater dienen, der auf sowas aus ist? Aber das ist die Gefahr, wenn wir nicht aufpassen, in die wir hinein gleiten können. Wo wir dann nur noch Worte machen und Worte formen, die zwar politisch korrekt sind, aber Gott, der alles sieht, keine Bedeutung für ihn haben. Guck mal, David sagt in einem Psalm, jedes Wort, auch das ich noch nicht gesprochen habe, ist vor dir. Du umgibst mich von allen Seiten. Da ist nichts, was du verbergen kannst. Hör mal, Gott sieht dich. Und ich finde, ich liebe das einfach. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und Jesus antwortet sofort. Auch das ist Senfkorn-Glaube. Das heißt nicht, dass wir dort stehen bleiben müssen. Aber dort fangen wir an und von dort aus gehen wir langsam Schritt für Schritt weiter auf das liebende Herz des Vaters zu. Ja? Wir entwickeln uns jetzt. Und mehr und mehr werden wir kühner und kommen dorthin, wo Jesus sagt, wenn du könntest, vertrauen. Vertrauen ist ein Prozess. Und das ist Senfkorn-Glauben. Ich habe das selber erlebt, als wir hier in dieser Umbauphase waren. Mir ist manchmal das Herz sonst wo gehangen, nur nicht da, wo es normalerweise hängt. Und ich habe manchmal mehr Zweifel als Glauben gehabt. Und Gott hat mich niemals hängen lassen. In keinem Moment. Wo ich nicht geglaubt habe, war er treu. Sind wir untreu? So ist er treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Weißt du, Gott sieht doch ganz genau, wo du mal in eine Herausforderung reinkommst, wo du noch nie warst. Wie in Petrus, wo plötzlich, du traust es dich zwar und dann kommen die Sturm und die Wellen und du bist am Abnippeln. Und der Herr packt dich und sagt, hey, wenn du vertrauen könntest, das musst du lernen. Aber er ist da, um uns zu halten. Er sieht das wenige kleine Senfkorn-Glauben, große bisschen, was wir haben. Und das reicht. Das reicht für den Anfang. Und der Vater durch den Heiligen Geist baut das mehr und mehr in uns auf. Schauen wir uns einen anderen Mann an. Da war dieser reiche Jüngling. Er sagt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu kriegen? Und Jesus hätte sagen können schon gleich, hey Junge, falscher Ansatz. Niemand kann was tun. Und Jesus sagt, ja, pass mal auf, du musst dir und dir und die Gebote halten. Und dann sagt dieser junge Mann, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend auf. Und was steht hier? Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Normal könnte man doch sagen, Jesus sagt jetzt, hör mal, du arroganter Sack, was, du gehalten? Haha, niemals. Aber wieso gewinnt ihn Jesus lieb? Senfkorn-Glauben. Jesus sah dieses tiefe Verlangen im Herzen dieses jungen Mannes. Jesus, der ja Gott war, sah wahrscheinlich auch die Aufrichtigkeit mit dieser jungen Mann, wirklich versucht hat, die Gebote zu halten. Er sah natürlich auch die ganzen Fehler, die er gemacht hat. Aber was Jesus vielmehr begeistert hat und was sein Herz in Liebe angezündet hat, war diese Aufrichtigkeit, dieses Verlangen. Und ich möchte es übertragen auf den Senfkorn-Glauben. Manchmal kommst du vor den Vater und du bist mehr Mess als toll. Aber der Vater sieht dein Herz. Er sieht dein Herz und er hat dich lieb. Er sieht dein Verlangen und er hat dich lieb. Er sieht die Sehnsucht in dir und er hat dich lieb. Er sieht, wo es noch nicht klappt, aber er hat dich trotzdem lieb. Natürlich muss der Vater Dinge dann gerade richten. Und das ist ja auch hier, wo er dem jungen Mann dann schließlich sagt, er kann es natürlich nicht so stehen lassen, ihm in der Illusion lassen, hey, du hast alles gut drauf. Er sagt ihm, pass auf, eins fehlt dir noch. Verkauf alles, was du hast. Und er legt den Finger bewusst in die wunde Stelle und Volltreffer. Und der junge Mann sagt, nee, also sorry, das, ich kann alles, aber das kann ich nicht. Und Jesus sagt nicht, ätschebätsch, du Sack, jetzt habe ich dich. Sondern der junge Mann geht weg und wir sehen dann weiter, die Jünger sind total verzweifelt. Jesus setzt noch eins oben drauf, er sagt, ein Reicher kann unmöglich ins Reich Gottes kommen. Und sie fragen dann, ja, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Und dann kommt diese herrlich erlösende Antwort, wo Jesus sagt, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Ist dann auch der vollkommene Glauben, das vollkommene Vertrauen ist uns oft nicht möglich. Aber beim Vater ist es möglich. So, und was ist die Lösung? Komm so wie du bist, einfach ehrlich vor den Vater. Wenn du was brauchst, dann kommst du mit deinen Zweifeln und mit deinen Hoffnungen. Du kommst mit deinen Zweifeln und deinen Hoffnungen zum Papa und dann sagst du, Papa, schau, ich hätte es gerne, aber ich habe da meine Zweifel und da kann ich nicht wirklich glauben, aber ich lege es jetzt alles vor dich hin und mit dem bisschen Glauben, Senfkorn-Glauben, was ich habe, möchte ich es vor dich hinlegen, deine Hand legen und sagen, Papa, bitte schenk es mir. Und dann machst du das jeden Tag und du bist einfach nur ehrlich. Und dann lebst du eins, du lebst Beziehung, du lebst Ehrlichkeit, du lebst Aufrichtigkeit und du bist kein religiöser Freak, der irgendetwas proklamiert, wo sein Herz gar nicht mit kann.